Warnung! Die folgenden Szenen können Beleidigungen, extreme Aufregung und sogar Hassreden, in Klammern gegeneinander, beinhalten. Diese sind in der Regel nicht ernst gemeint und beeinflussen in keinster Weise die Beziehungen untereinander. Hoffentlich. Auf der Neufolge. Yay, habt ihr auch Bock? Nee. Nee. Gott. Nee. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja auch gründenschlecht. Wir sind ja auch gründenschlecht, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also komm, wir schaffen das jetzt auf Hardcore. Was? Das Level? Mach mal ein Zelt hin. Zelt, 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 Zelt. Nein, das ist eine Hacke. Zelt, Zelt, Zelt. Das sind die roten Dinger. Mach doch mal so ein scheiß Zelt durch. Das ist kein Platz. Ach so, ich lauf mit dem Falschen. Sag das doch. Ich hab nicht so oft falsch geguckt. Ja, aber du bist so perfekt gelaufen für mich deswegen. Ich hab das... Warum tippelt ihr da so rum, ey? Was macht ihr denn hier? Jetzt mach's, Tille. Mach's. Wir brauchen Steine. Nein, wieso nimmt ihr das wieder nicht? Lass mich das da reinmachen. Mann. Wo ist der Hammer, Hammer, Hammer? Licht brauche ich. Licht, Licht. Ich hab Licht direkt gefunden. Ist ja scheißegal. Warte, ich stell eins ab. Ja, ja, nein, eins bitte, eins. Oh, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Holz, Holz, Holz. Rechte Seite. Hier ist die Sandburg. Kann ich damit spielen? Jetzt klauen die mir ja auch noch alle meine eigenen Leute hier. Sag mal. Das stimmt doch, Hermes. Ey, wir haben das so beschissen jetzt dahingestellt. Wenn man nach rechts laufen, müssen wir... Äh, Stein. Hammer, 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 wo ist der Hammer? Ah, Hammer. Licht, 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 Licht. Einmal fürs Zelt holen jetzt. Wo ist denn hier? Ihr, nimm das Ding doch mal auf, Mann. Jetzt hab ich den Hammer in der Hand. Holz. Du bist Hammer. Nein, nein, links, 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 rechts, kommt man wieder nicht mehr hin. Hier, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Alle schön Holz mitnehmen. Holz. Rein machen, rein machen. Steine. Hier ist noch ein Stein. Hier unten liegt einer. Nein. Oh. Hallo. Und noch bei den Steinen. Rechtssteine, rechtssteine. Ja. Ich noch ein Steiner. So. Nein. Mann, jetzt lauf doch mal da hoch. Schon. Holz liegt hier drauf, liegt hier drauf, nicht runterschieben. Äh, angeln. Ne, 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 Axt, wo ist die Axt? Angel muss man auf andere Seite. Oh, ja, aber wie soll ich denn da angeln? Ja, jetzt kannst du nicht mehr. Geh wieder hoch. Ne, geh hoch, das schaffst du nicht mehr. Oh, ist das euer Ernst? Wieso kann man hier nicht vernünftig angeln? Ach, komm, ey. Ich drücke hier die ganze Zeit drauf, aber diesen Scheiß, den bewegt sich ja nicht. Geh doch raus, geh raus. Ach so. Lauf vor. Ja. Gute Idee. Aus dem Zweifel mal. Nein. Schlechte Idee. Jetzt mach doch Angel. Ja, ich hau dir doch schon die Angel ins Gesicht, reicht das nicht? So, hol die Fische. Hol die Fische. Nein, du der Letzten. Hol die Fische. Nein, das reicht. Scheiß drauf, kommt. Holz. Wir brauchen nochmal Holz. Ja, da müsst ihr, müsst ihr, hier, nehmt doch das hier. Oh, ne, ne, ne. Oh, ne, ne. Da, da. Setzt euch davor, ich weiß nicht wohin, keine Ahnung, ich bleib einfach hier. Ja, ich muss hier rein. Ja. Ja. Ihr seid so schlecht. Oh. Alter, ich glaub, morgen beschweren sich echt die Nachbarn. Ja. Meine beschweren sich schon. Die Polizei war übrigens immer noch nicht da. Die haben besseres zu tun, als Lärmbeläst. Die Kuhn zählen. Nein. Nein, Kuhn. Oh. Äh, das ist doch nicht. Ich ruf die Polizei, das nicht so machen sie. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Hätte ich mit dem Angeln hier nicht eine Stunde warten müssen, bis ich da irgendwo rumkomme, hätten wir das locker geschafft in einer halben Stunde. Äh, das wäre auch locker gegangen. Yay. Ach, ich bin griff. Warte mal, warte mal. City of Gold, das haben wir, glaube ich, übersehen letztes Mal, oder? Nein, das haben wir gemacht. Was? Das haben wir gemacht. Ja, aber das ist ja ein Einzelnes. Ich würde sagen, dann geh mir hier erst mal hin. Nein, das ist kein Einzelnes, das ist eigentlich das Ende erst mal. Ach die Scheiße, warte. Okay, zack, zack, zack. So, Massenzelt, zelt, zelt. Ja, holz. Warte, da musst du. Ne, da musst du auf das Blaue drauf. Dreh mal auf das Dreieck. Da nach hinten. Hat einer die Angst? Oh, ey, wer hat das Scheiß? Ich versuch, das hier mal wegzumachen. Geh mal ruhig, Mann. Ja, es geht nicht. Ich stelle mich wieder rauf. Oh, ich sehe hier gar nichts. Habe ich was? Ja. Halt die Klappe, hier kommt du holst. Du hast das jetzt auch normal gemacht, oder? Nein, auch schwer. Oh, mein, ich komme hier nicht durch. Wo ist denn? Stell drauf, stell drauf, stell drauf. Ja, legen wir es. Ich frage jetzt nicht nach welchen Dings. Ich brauche dringend Steinen, hier sind aber keiner. Ich habe auch nicht so Steine. Oh, das läuft gleich ab, das läuft gleich ab. Hammer. Huch, ich bin drüber gesprungen. Gut, längstens Zeit, ich habe Seil. Drück. Ich komme. Ja, gedrückt. Äh, ach, da ist die Axt drüben. Holz, 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 ich mache Holz. Fick da, nein! Oh. Holz, 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 Holz. Lauf mir doch nicht immer alle entgegen, Leute. Nein, du bist jetzt selber. Nein, Steine. Ich weiß nicht, wo die ist. Was schaffen wir? Boah, geht mir nicht auf die Nerven hier mit diesem Ding. Das haben wir neu. Wieso habe ich jetzt? Weiß ich gar nicht. Ja, komm, mach. Ja, warum kann man das hier so hinstellen, Mann, ey? Scheiß drauf, mach das doch mal irgendwo. Ja, ich kann es nicht hinstellen. Boah, steht doch jetzt überall. Drück doch einfach mal. Ja, ich drück doch die ganze Zeit. Mensch, mach du es da ein. Meine Küche, ey. Mach rein, mach rein, mach rein. Äh, Axt. Holz, links, Stein, rechts. Holz, ganz wichtig. Du musst aber aufdrücken. Geh mal erstmal durch, geh erstmal durch. Geh mal durch. Geh weg. Nein. Oh, drück mal. Warum habe ich jetzt voll in der Hacke? Ja, mach es rein, mach es rein. Das ist ganz wichtig. muss die Hacke, Hacke, Hacke. Hacke, also, oh, 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 oh. Oh, das war knapp, Leute. Ja, beide. Morgenstein? Ja, Hammer, 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 gebraucht. Holz, mach auf. Holz, Holz. Mach du das mit dem Dings alleine unten. nein ich komme nicht mehr jetzt nehmen diese scheiß holz achst achst warum jetzt noch scheiße das wird knapp das wird knapp ja gut das war jetzt aber auch das schwerste muss man dazu sagen also dafür waren wir schon ziemlich gut aber ja das war ja ich verstehe nicht warum da nicht hardcore drin steht sondern einfach nur normal wahrscheinlich gibt es am ende nach 20 oder so wie ich noch ein hardcore modus da kann man wahrscheinlich alles dann doch mal schlimmer machen ist ja doch nicht schlimm genug nein macht mal auf bitte mach 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 komm damit ich das abstehen kann er muss doch ja mal spitzsacke spitzsacke ich mach schon komm mach wieso habe ich jetzt steine in der hand warum macht ihr steine ja nimm steine nimm steine steine ein steiner und drauf der stein ist voll weg da muss dieses scheiß ding diese kack dinge hier laufen über rum war man selten das zelt da ja manchmal auch ich mache schon mal einen stein rüber ich mache schon mal einen stein rüber bei holzbrombe nein stein stein was hier muss die axt da drüben was macht die da drüben ich komme nicht ran da holz 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 da muss einer mal unten auf den dingen die brauche stellen von euch wer hat dieses zelt so blöd da hingestellt ich weiß es nicht ich weiß es nicht nein doch nicht das hammer hammer wo ist der hammer 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 wo ist der hammer ach hier unten warte sieht man gar nicht man kommt nicht mehr an den dings frau wer hat das gemacht hier macht das hier macht das hier auch ehrlich aber was wir machen auf das blaue auf das blaue so immer alles 20 mal sagen damit die überhaupt zuhören steine wo ist das ding denn für die steine ich hab nix jetzt komme ich hier auch jetzt komme ich da nicht dran oder was holz 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 mach das holz rein wo ist die axt nicht rein kommen nicht rein komm nicht rein das war sogar noch mittlere wissen gar nicht bis ganz nach unten gegangen aber wieder mal auf der mittleren kam jetzt die kleinen viecher in dem fall schlagen nein vier bescheidene sekunden ja wie es manchmal so läuft warte mal da oben siehst du auch noch was ich bin da so überbelichtet tempel hatten wir das ach das war das was wir nicht hatten oder was ach du schande damit kennen wir uns auch nicht aus also einfach loslegen holz 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 da unten hier sind fallen vorsicht so ich mach schon mal steine ein paar ja ich brauch noch ein holz ja ich bin tot erst hilfekassen da passt auf wenn die da drauf steht äh steine 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 nein nimm bloß nicht den stein ey nein witz ich bin daneben gelaufen ach du mal den hammer erst mal hier Mann wieso läuft die jetzt einfach nein äh holz 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 wo ist die raterne da oben ja holz 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 äh ja holz warte ich hol hier ist neues ja hol mal ich muss ich mach schon mal ein paar steine wo ist die j paralyze steine 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 hier hinten wo habt ihr zählt zählt Zelt aufstellen, zelt aufstellen, zelt aufstellen. Äh, Lampe, Lampe. Oh, die ist da oben. Warte, ich hole sie. Jetzt keiner macht, muss ich's machen. Also einstellt, muss ich's machen. Nein, wo ist die Axt hin? Hier. Oh, mach, mach, mach. Ich brauche Holz ganz hier, Holz. Oh, scheiße. Hier mache ich mich gleich drüben. Ja, mach das mal da, du Witz. Steine, Steine, Steine. Nee, Holz, oder? Nee, einen Stein brauche ich noch, einen Stein. Wo ist die Spitzhacke? Was ist das denn? Da oben bei dem... Warte mal. Okay. Vielleicht noch einer, Spatz. Wo ist der Hammer? Da ist ein Steiner, ja. Ich bin, ich habe ihn. Ah, da ist er. Laterne? Wieso kann ich das scheiß Ding jetzt... Steine, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Nee, wir haben noch. Wir haben noch. Ja, ja, ja. Nein, hier ist auch noch einer. Ist die Angst, ich mache Holz, Holz. Hier, ich habe sie. Gut, ich komme mit. Pass auf. Komm ja nicht durch. Ich muss ein bisschen mehr machen für die, die klauen. Da sind sie schon. Zwei noch. Oh, komm, 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 komm. Hol' ich Fisch doch mal. Äh, Axt, Axt, Axt. Ja, hol' du Fisch, ey, hol' du Fisch. Ich mache die Axt. Ich mache das. Keine Fische, keine Fische. Wir haben doch alle Fische. Hans, ey, Säcke passt schon wieder nicht auf. Ja, da ist einer jetzt rübergelaufen mit dem Fisch. Beim anderen habe ich nichts gesehen. Holz, achso, Holz. Nein, es geht runter. Scheiße. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn der Fisch voll ist, auch das Holz reinkommt. Aber, wir haben das jetzt als Schwerstes gemacht. Jetzt ist die Frage, probieren wir noch mal das Schwerste oder soll man direkt... Ja, das war ja einfach nur, weil wir es verpeilt haben jetzt irgendwo. Also nochmal probieren. Ja. Oh, ups. Wie, oh, ups. Ich bin an mein Mikrofon gerade gestoßen. Achso, ich dachte, du musst noch was umstellen oder so. Und das macht dann ups? Nee, das macht... Oh, und sie hat dann ups gesagt. Achso. So. Nein, die geblieben. Steine. Boah, wieso kann ich... Das ist so ätzend mit dem Aufbau, ne? Hallo, gib mir dieses... Boah, diesen Scheißhammer, den will ich nicht. Steine, Steine, Steine. Hammer, wo ist der Hammer? Hammer, Hammer. Das heißt, eigentlich sind wir doof, ne? Eigentlich müssten wir das zweite Zelt jetzt aufbauen. Weil der Hammer... Mach schnell rein, mach schnell rein, das Ding. Die Sache mit dem Hammer, ähm... Oh, pass auf. Nein! Och, Mann! Och, ich spiel wieder mit dir, ey, Mann. Witzig, ich verarschne. Holz, wir brauchen noch ein Holz. Ich gucke mir grad nicht durch. Jetzt. Uh! Uh! Stein, Stein, Stein. Schnell rein. Ja, wo ist das? Och, nehmen wir es bloß. Nicht, wenn es direkt vor der in der Nase ist. Mann. Wo ist... Wo ist der Hammer? Ich bin kein Zelt da oben. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab... Wo ist das Ding vom Zelt, da oben? Mann, das ist doch Seil. Wir brauchen noch... Holz, 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 Holz. Zwei Holz. So, 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 so. Nein! Oh! Nein, du hast kein Holz mitgenommen. Ich hab's doch gerade reingemacht. Oh, nein, ich meinte. Äh, er meinte muss. Oh, ich kann gar nicht. Tut mir leid. Mach noch einen Stein. Warte mal. Oh. Achtung, du bist ja gerade drauf. Ja. Ich kann mich noch nicht bewegen. Jetzt. Äh, ein Stein. Nein, nein, nein. Ach, nein, mach das Feuer. Mach das Feuer. Wo ist die Klappe? Steine, Steine, Steine. Wo ist das Ding? Uh, das war der Vollschirm. Ja, lauf, lauf, lauf nach oben. Pass auf, das Ding kann aufgehen, ne? Uh, uh, uh. Moana versucht hier gerade mit den Fischen zu flirken. Wir, 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 nee, nee, keine Fische. Wir brauchen Holz. Nein? Ach, ich bin das bei ihr schon am Einsammeln. Uh. Da ist drinnen eins. Oh, bist du jetzt tot, oder? Ja. Wo ist das Ding? Ach unten, scheiße. Jetzt brauchen wir Fisch. Wo ist die Angel? Oben, 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 oben. Komplett da, wo wir nicht. Wir brauchen nur noch Holz. Bring mal die Äxte rüber mit der. Komm, 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 komm. Ja, ich weiß, blöde Position. Ich komme gerade rüber. Verdammt. So, bing. Komm schon, wir müssen es beeilen. Beeilen, beeilen, beeilen. Fisch, 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 Fisch. Holz, habt ihr noch ein Holz mitgebracht? Holz, Holz, Jukanda. Oh, nee, Holz, 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 rein, rein, rein. Ich weiß nicht, in welches Zelt, keine Ahnung. Oh, nee. So, knapp jetzt. Das ist fein. Gut, wir wüssten nicht, ob wir es geschafft hätten, im richtigen Zelt zu landen. Ja, ich sag mal, so fünf, sechs Sekunden fehlten uns da irgendwie. Das war echt weniges. Oben oder Mitte? Oh, Bumms. Oh, Bumms? Ja, ich habe mein Mikrofon, hat gerade meinen Bildschirm geknutscht, mein Mikrofonarm. Sagt Stopp. Weiß ich nicht, eh, wer soll Stopp sagen? Wir beide. Oh ja, gut, er hat hier Stopp gesagt. Nee, das war beim oberen habe ich Stopp gesagt. Du hast hier Stopp gesagt. Da bin ich nochmal nach oben gegangen, danach. Sag Stopp. Also, das ist normal. Oh Gott, das ist ja... So. Oh, jetzt kannst du das wieder nicht hinstellen, weil dieser blöde Controller macht, was er will. Holz, 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 Holz. Blöds, nimm das blöde Holz. Und lass das am besten stehen, sobald es den Hammer hat. Und dann bauen wir was Neues auf. Weil dann können wir das nämlich alles gleich in Ruhe zusammen machen, aber so können wir das dann einfügen erstmal. Nein, ach komm, ich bin überhaupt gar nicht da reingelaufen. Mach Stein rein, Stein, 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 Stein. Ja, 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 ich bin dabei, ich bin dabei. Lass liegen, hol, hol, achso. Ich hol schon den Hammer. Ja, dann mach ich halt die Lampe fest. Halt die Lampe fest, das ist wichtig. Stell ein neues auf, ich mach Holz. Richtige Aufgabe. Nicht in die Mitte stellen hier, dann stellst du auch oben irgendwo hin. Wo ist das Seil? Ah, da. Ne. Hä? Oh, Seil brauche ich, Seil brauche ich. Über dir, über dir, über dir. Nein, der hat es nicht mitgenommen. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Er hat es wieder nicht mitgenommen. Ja, aber das war es. Das war es. Was willst du denn überhaupt? Du hast das Seil nicht mitgebracht. Ich stehe die ganze Zeit mit dem Holz hier neben. Ja, ist ja schön. Da musst du auch mal sehen, der noch gestorben ist gerade. Ist keiner gestorben, als du da die ganze Zeit dann nebenstanden hast. Äh. Ja. Warte, 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 warte. Als nächstes Holz. Äh, Stein, Mann. Ich mach. Mensch, jetzt nimm den Scheißhammer. Wo ist die Lampe? Du kannst auch nicht irgendwie mal laufen und dich bewegen. Es ist alles zugebaut hier. Ja, das ist zugebaut. Holz machst du? Och, ja, genau. Zugebaut ist nicht so schlimm, aber du kommst nicht weiter, weil es liegt im Weg. Und, oh. Oh, natürlich. Das weg, mach das weg, mach das weg. Komm, 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 komm. Ach, nein, nicht die Axt. Achtung. Fische. Nein, ich kann diese... Ich hab einen Fisch, aber ich bin nicht beruhig. Haben wir Holz? Ja. Komm, an die Dinger, an die Dinger, an die Dinger. Ich hab keine Ahnung, wo wer ist. Nein, Moana, unten ist zu. Unten ist zu. Ich muss da hin. Bin drin. Schnell, lauf, 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 drücken. Oh, Gott. Oh. Oh, das reizt mich, dieses Spiel. Aber nicht im positiven Sinne. Nein. Boah, ey. Guck mal, wir hatten noch alle Zeit der Welt. Das war doch... Ey. Hallo? Als ich gesehen hab, dass die wieder vor dem schlafenden Zelt gestanden haben, hab ich gedacht, scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Und sie so ganz locker. Ja, sie hat sich gedacht, da schläft einer, also lege ich mich dazu. Ja, sie so ganz locker. Ach, guck mal, da schnarcht einer. Weißt du, so steht so neben dem Zelt, ganz locker. Oh. Ähm, wieso komm ich hier nicht rein, jetzt? Ai, 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 ai. Zwei fehlen uns noch? Waren das dann alle? Weiß nicht. Fühlt, ja. Also, das, was wir kennen, es soll ja dann noch mehr kommen. Ich bin rechts. Ach, das waren diese... Oh, nee. Äh, wie... Ach so. Okay, ich bin tot. Äh... Mit der Axt im Wasser. Ach, deswegen find ich die Axt nicht. Oh, wieso kann ich nicht laufen? Ist das so? Ey, das ist voll glitschig, ne? Auf schwer. Ach, du Scheiße. Das ist ja schwer extra. Ich brauch jetzt Steine gleich. Besser, ich nimm schon mal drüber. Oh, mach, 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 mach. Oh Mann, das ist so rutschig. Ja, für uns. Für die Eichhörnchen nicht, hab ich grad festgestellt. Oh, lauf. Mann, ich komm hier nicht durch. Ja, wie viele Steine wolltest du hier haben? Zwei reintun. Oh, zwei reichen, zwei reichen. Ich komm nur nicht nach da oben. Oh Gott. Nimm die Axt mit. Nein. Ich will nicht auch noch stellen. Oh, hier. Ja, super toll. Äh, wo ist die Axt, ne? Ach, ey. Ich find die Axt nicht. Die ist auch hier drüben, Mann. Hallo, ich wüsste auch holen. Ach so, hol's, ja. Oh, ich kann mich wieder nicht bewegen, ey. Ey, das ist, boah, schwer ist das sowas von kacke. Ey. Welcher Idiot hat gedacht, dass wir das auch schwer probieren? Ja, du. Nein, ich sagte, welcher Idiot. Ja. Äh, wo ist das Seil? So, hast du schon. Nummer zwei. Ich mach Steine. Ja, die haben die Steine alle geklaut. Oh Mann, wo bin ich? Ich bin rechts. Pass auf, ich mach schon mal Holz fürs nächste Zelt, wenn ich eh schon hier bin. Äh, ach da. Zelt. Bam. Ja, wo ist sie? Ach da. Holz kommt gerade. Irgendwie. Ja. Oh. Das bin ich aber nicht. Doch, du bist alles. Ich bin tot. Ich krieg mal wieder nichts hin. Eins, eins noch. Dann brauchen wir Steine, die haben die gerade geklaut. Ja, mach, 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 mach. Moana hat sich hingelegt zum Schlafen. Ich muss... Komm doch, Gart. Okay. Das ist nur so rutschig, ich komm nicht hinterher. Ja, ah. Ja, das ist so schade. Warte, 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 warte. So, ist durch, ist durch. Wir brauchen, äh, äh. Oh, ich komm nicht. Verlegen zwei. Ja, aber kein Holz. Nein. Oh, komm. Ich komm nicht hinterher. Komm, 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 Resette, schneller. Oh, willst du mich hier veräppeln? Deck dran, dass wir gleich auch noch, äh. Da kommt ein Stein her. Fische gleich. Holz. Oh, das schaffen wir nicht mehr. Das ist so dunkel. Ich komm hier nicht durch. Wo müssen wir angeln? Angeln. Nein. Oh, komm. Das schaffen wir nicht mehr. Kacke. Boah, aber ohne Scheiß. Ich hab das noch nie auf schwer gespielt. Das ist so grauenhaft mit diesen Rutschen, ne? Ja. Du steuerst auch so und hast dann diese Verzögerung und dann brauchst du weiter. Kannst du dich aufheben? Boah. Also ich, ich plädiere dafür, das mal auf Mittel zu probieren. Ja. Wäre ich auch für. Ich möchte gerne wissen, ob es auf Mittel auch so extrem ist mit dem Laufen. Wahrscheinlich ja. Hallo, wieso macht ihr nicht alles raus? Ich brauche auch die Axt und bin natürlich runtergerutscht. Das war so klar. Geh mir das Ding. Na komm schon. Steh auf. Wollen wir nicht erst das auf der Seite machen? Das war doch irgendwie effizienter hier. Ja, aber ich war ja nicht da gerade. Aber Steine muss jemand holen. Steine, Steine, Steine. Was ist denn schon? Gib mir die Hacke. Nein, Kno. Einen Stein nur noch. Einen, einen. Schnell. Ach, jetzt klauen die schon wieder diese Scheiß. Nein, 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 nein. Uuuuhu. So. Nein, du bist die. Ach nee, ich habe eins. Hier ist schon mal der Hammer. Äh, das Zelt aufbohren. Komm, mach das Zelt, Zelt, Zelt. Mach ohne das Ding. Ich bin da, zack. Holz. Holz, 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 Holz. Boah, ich komme nicht wieder. Alles geht doch gar nicht. Uhu. Nein. Sie waren ganz mehr Glück als Verstand. Das waren da. Also leichte Aggressionen sind definitiv vorhanden. Hier, hier, hier. Ich will mal ein paar mehr machen, wie in den Viechern. Ja, das Zelt ist wieder abgebaut. Ach, Mann. Mensch, was nimmt der da immer alles auf und... Ey, das nervt mich gerade. In das Zelt, in das Zelt. Das ist frei. Das Zelt ging aber nicht. Warte, ich nehme mal ein. Geh. Ach, die haben jetzt alles Holz hier geklaut. Ja, alles Holz geklaut. Was hat das keiner genommen? Ja, weil wir die scheiß Zelt wieder aufbauen mussten. Nee, das war ich gerade. Oh Mann, du musst doch nicht weg, Mann. Was ist das denn? Mann. Was ist das denn? Oh, Junge. Oh, mach den rein, mach den rein. Stell das zweite Zelt auf schnell. Nee, mach den Hammer erst mal. Nein, der ist das zweite. Der Hammer ist scheißegal. Das kannst du immer machen. Dann bin ich halt erst mal zwei Minuten sinnlos hier da. Ich kann es nicht hinstellen, weil ich hier rumglitsche. Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ob er noch ein Holz hier drüben hat. Bäume da haben? Nein! Wieso nimmt der das nicht? Oh, lauf, 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 lauf. Ah, ich bin abgesoffen. Hallo. Bezacke. Hilft, als ob sie eingeschissen hätte, ganz ehrlich. Hier, Steine, 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 Steine. Ach, guck doch mal. Ich kick dir die schon über den Boden rüber. Wir brauchen Holz, aber wir werden schon wieder dunkel. Nimmt einer die Axt mit? Huh! Nein. Okay, keiner nimmt die Axt mit. Aber ich komme auf der Seite wieder raus, aber Zeit ist, ja. Wenn das so dunkel wird und du nicht kurz vorm Ende stehst, kannst du es meistens vergessen. Weißt du, du läufst extra schon diesen Dingern entlang. Aber selbst dann schaffst du das noch nicht mal, weil du so am Glitschen bist über diese blöden Teile. Aggression pur! Yes! So. Hä, was ist jetzt mit den Schollen? Jetzt läuft die nicht. Hä, was ist hier los? Ja, die sind etwas langsam, aber wir glitschen nicht. Ja, aber das dauert ja ewig, bis wir da drüben bist. Jetzt läuft es besser. Ja. Ja, irgendwo muss ja auch die Schwierigkeit sein. Steine, Steine, Steine. Geh mal aus dem Weg, Mann! Oh, ich hätte Steine mitnehmen. Ist drin, ist drin. Ach nee, das war Hammer. Ist hier bei mir? Macht einer mal die Lampe rein? Äh, ja, ich hole eine Lampe. Weeeeee! Ja, Holz. Oh. Ich brauche noch einmal Holz. Holz, Hammer. Hab ich. Okay. Ich nehme nochmal das mit hier. Stein, haben wir noch. Lampe. Hammer. Steine, Steine, Steine. Mach mal Steine rein. Ich kann nicht, ist alles zugebaut. Verdammt, Kacke. Wo ist die... Achso, er... Aber die Axt. Äh, wir brauchen gleich die Hacke und wir brauchen noch Holz. Ja, ich nehme Holz, du die Hacke. Die Axt. Genau. Wir sind schon am Grün. Gut, eins, zwei... Wir brauchen noch mal Holz wahrscheinlich. Ach scheiße, ich brauche die Axt. Die ist gerade irgendwo weg. Wo ist die? Wo ist die veraxt? Links, links, links. Da hinten, bei dir, drüben. Oh, nein, mein Tisch. Holz machen, Holz machen. Nein, lauf doch nicht mit dem Holz weg. Nein, das müsste reichen. Okay. Okay, ich muss wieder rüber. Ich weiß auch nicht mal, wo ich mein Zelt hingestellt habe. Ja, das obere oder unteres da ist. Yay. Boah. Aber das auf hart, dieses Geglitsche, das ist wirklich scheiße. Ja, und das ist auf beiden Stufen. Das kotzt mich so an. Boah. Ach, guck mal, wir hätten locker Hardcore schaffen können. Das war alles nur, weil das jetzt viel organisierter war. Und nicht wegen dem Geglitsche. Den haben wir noch nicht, ne? Als letztes, glaube ich. Okay. Ich brauche... Holz. Oh, da kannst du auch wieder nicht so... Nein, 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 nein! Nein, nein! Gut. Ich laufst du da beschissen drüber. Ich nehm die Hacke mit drüber. Okay, kein Holz. Dann machen wir hier, bitte. Nee, hier hinten brauchen wir zwei Steine. Achso, Steine. Aber lass das doch mal los hier. Lass uns hier mal irgendwelche. Oh, jetzt laufen die da hinten hin. Ja, ich werd jetzt wie gestunnt von diesem. Hallo. Was machst du? Warum nimmst du den nicht? Du brauchst auch Steine. Ja, du brauchst einen Knopf, Mann. Gib den, oh, der nimmt den nicht. Was machst du da? Der nimmt den nicht. Nein. Rastet aus, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Ich brauch Steine, weg da, weg da, weg da. Bring den mit zu uns. Ja, der Hammer ist immer drüben. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, der ist nicht drüben. Wo ist der Hammer? Ich brauch Steine, weg da, weg da, weg da. Ja, bring den mit zu uns. Ja, der ist oben. Die Axt ist, nee, nee, die Axt ist oben. Oh, ich brauch die Axt, ich brauch die Axt. Ich hol, ich hol schon mal Steine. Nein, Holz, 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 Holz. Holz, ich brauch Holz, Unterstützung. Nein, brauchst du nicht. Ne, stimmt. Ach, jetzt hast du die weggemacht. Dann holst du mal Steine, Steine, Steine. Oh, ich kann mich nicht bewegen, ey, mit dieser Scheiße. Das ist hier Fließbandarbeit, du. Da siehst du ja. Ach so, stimmt das. Wir machen das neben mir. Ah, ich spiel mit dem Falschen. Ich spiel mit dem Falschen. Nimm die Axt, die Axt, die Axt, genau. Oh. Hier, Steine. Schnell. Oh, da fallen die immer ins Wasser, ey. Ey. Jetzt klaut die das Mist, die uns jetzt. Geh mir doch mal aus dem Weg, Boah, nach, Mann. Ja, wir brauchen Holz, 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 Holz. Ja, wir brauchen erstmal Holz noch. Und die Angel. Nein, erst Holz. Holz, wir brauchen drei Holz. Schnell, schnell. Wo sind denn die Fische überhaupt? Da unten, runter, runter, runter. Ja, ich komm hier nicht mehr durch. Ja, da, oh. Oh, lauf, 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 lauf. Ach, da meinst du? Ja, 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 ich seh's. Oh, Achtung. Oh, Mann. Wenn ich drück nach rechts hin, die läuft nach links. Hä? Wieso ist das kaputt? Weil es nicht schnell genug ging. Doch, es war schnell genug, deswegen... Hä? Gehen wir doch mal aus dem Weg. Weil die Kaffeln, die alle, als ob sie ja eingeköppelt hätten. Das ist... Ach. Mach rein, mach. Mach das... Oh, mach doch mal die Steine rein, Mann. Sind doch drin. Die sind doch drin. Ja, ich stehe dir die ganze Zeit vor und dann machst du nichts. Hol die Axt. Hol die Axt schneller. Hol die Axt. Aber mach noch Holz. Lauf, 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 lauf. Guck mal, dich um die Fische. Ein Fisch drin. Einer im Sinn. Wir brauchen noch einen Fisch. Ja, nimm den dritten. Und wo bist du mit der Angel? Achso, bist gestorben. Achso. Nein. Fuck. Na komm. Oh, ich... Kacke. Aber es hätten so... Nein. Wir hätten auch Holz machen müssen. Wir hatten kein Holz mehr. Das hätten wir nicht gestorben. Ja, ja, da war ich ja schon auf dem Weg. Ich war ja schon nach links. Leute, ich muss die Folge nicht verbreiten. Ich habe schon 40 Minuten auf der Uhr. Aber wollen wir noch eine Folge spielen? Dann hat der die Schmerzen voll. Also ich würde sagen, wir machen den noch fertig, aber lasst uns den auf Casual machen, auf Mitte. Ja, okay, dann machen wir das. Dann ist das nämlich zu Ende. Dann ist es eh beendet, glaube ich, meine ich. Nein! Okay, okay, dann spielen wir das jetzt. Wieso ist der jetzt direkt da reingegangen? Was? Wieso ist der direkt da reingegangen? Weiß nicht, was du gemacht hast. Ja, gar nichts. Ich wollte rausgehen. Ist aber nicht. Ja, wie man sieht schon. Nur, dass er nicht rausgegangen ist hier. Das blöde Ding. Mein PC muss männlich sein, wenn er so umzickt. Doch, nee. Jetzt falle ich auch noch ins Wasser. Ja, und das bin ich dann wieder alles schuld, die dann drei Kilometer weit rechts gelaufen ist. Ja, die Gameplay ist immer schuld. Habt ihr, habt ihr, habt ihr? Gut, okay, Stein hab ich. Äh, boah. Mist, viel. Habt nichts. Am Lauf, 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 Lauf. Ach, komm. Hältst du mich denn? Nein, geh weg. Nimm dir die Steine von mir aus. Wo baust du hin? Wo baust du hin? Nein, 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 nein. Da liegt der nicht. Es ist nämlich gleich kein Holz mehr da, wenn ich das nicht festhelle. Komm, geh zur Händen auf. Mach dir das Ding, das Ding. Es ist jetzt scheiße, dass man so rutscht bei dem Mist. Nein, nein, du Mistvieh. Ey. Aus meiner Hand heraus hat dieses scheiß Vieh das geklaut. Keine, keine. Ja, können wir vergessen. Wir kriegen keinen Holz. Bleib doch mal stehen. Wäre einer mitgelaufen, etwas noch geschafft. Och, Mann. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Kannst du vergessen. Ja, ich bin die Zeige. Wenn man das aufstellt, haben wir das Problem, dass sie das wieder weg... Och, jetzt hat der nicht ernsthaft dieses Seil da reingeworfen. Willst du mich hier... Da ist auch keiner da, der mal was reinmacht. Einen Stein brauche ich noch. Fuck, durchmach. Oh, nehm ich direkt mit? Mistviecher, ey. Mann, ey. Ich hol schon mal Steine. Ja. Hier, nimm den Stein. Jetzt ist er weg. Was soll das? Ja, bei einem habe ich die ganze Zeit in der Hand behalten. Äh, wir brauchen Stein. Stein, Stein, Stein. Was für den Stein? Geh rüber, geh rüber damit. So, einen habe ich. Die Haken rauszukriegen. Oh, jetzt mach. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Und mach das da rein. Oh, danke, dass du mich runtergestoßen hast. Habe ich gerne gemacht. Habe ich gesehen. Dadurch ist aber das Zelt jetzt kaputt. Ich kann keinen Stein mehr rüber bauen. Ich kann auch keinen machen. Warum kann man hier keine Steine machen? Schau mal wieder auf. Ah, er gibt mir das Zelt. Ich häng fest. Ich werf den Stein ab. Nein. Oh. Der liegt da auf der Brücke. Und nehmen bloß nicht diesen Kack. Oh, komm. Ey, es ist doch nicht normal. Wie schnell laufen die bitte ab? Du hast keine drei Sekunden, um da hinzulaufen mit dem nächsten Teil. Ich meine, abgesehen davon, dass niemand von uns da so rein wollte. Ich weiß nicht, warum der da jetzt nochmal reingelaufen ist. Was ist jetzt los? Ich weiß nicht, warum der das jetzt als abgeschlossen gezählt hat. Aber das ist das, was wir in unserem nicht hatten. Haben wir jetzt gesagt Mittel oder Leicht? Mittel hatten wir gerade gemacht. Nee, wollten wir machen. Okay. Holz. Nein, nehmen das Holz jetzt. Ich brauche noch ein Holz, 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 Holz. Ich gehe schon mit Holz rüber. Mann, ich kann ja nicht... Boah, ich bin runtergefallen. Es ist doch nicht wahr. Und Stein, schau mal rüber. Wo bin ich, wo bin ich? Nein! Och, komm! Zack! Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn heute los? Wieso komme ich da nicht mehr rüber? Oh, mach mal das Ding hier auf. Bau auf, bau auf. Okay, in der Zeit haben sie schon alles wieder weg. Stein, 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 Stein. Wieso fliegen die alle ins Wasser, die Steine? Oh, ganz viel Holz unten auch. Ja. Oh, mach doch mal! Oh, lauf doch einfach mal um diesen scheiß Hammer rum, Mann! Boah, ey! Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat so einen bescheuerten Dreck erfunden, dass man da überall hängen bleibt? Ja, das ist so. Warte, ich helfe, warte. Mach das, mach das, mach das. Warte, warte. Äh, 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 ja. Sitz. Sitz. Oh, gleich Steine. Das stinkt, das geht nicht. Diese Dinge liegen immer im Weg. Alles liegt im Weg. Meint ihr euch ums Angeln? Ich versuche, den Stein da hinzukriegen? Ihr Fisch? Ja, ich komme. Nein, Fisch! Fische Fisch. Fische Fisch. Fische Fisch. Das Feuer geht aus, oh. Egal. Oh, lauf, lauf, lauf. Die drei stehen... Ich wollte sagen, die drei Chinesen mit dem Fisch kommen. Er rollt, zolz, zolz, zolz. Erzählt es nicht fertig, ist eine. Wer hat es nicht fertig gemacht? Wo ist denn der Hammer? Wo ist denn das Licht? Da. Welches ist jetzt meins? Keine Ahnung. Ich bin rechts, ich bin rechts. Sie muss nach unten. Aber wir sollten wenigstens mal kurz gucken, wo wir da auskommen, wenn wir da reingehen. Das haben wir bei uns auch gehabt. Ne, hatten wir nicht. Doch, die Brücke kam, aber da passierte nichts mehr. Oh Gott, ey. So, Leute, ich muss die Aufnahme einmal fertig machen, weil sonst habe ich gleich eine Stunde auf dem Tacho hier. Mach mal. Ja, alles klar. Wollt ihr noch was sagen? Nein. Man hat die Aggressionen sind da, jetzt haben wir alle keinen Bock mehr. Ja, und wir sind müde, ne? Bei mir ist ehrlich, ich bin müde. Das ist meine Zusage. Oh, ich bin auch, aber ehrlich, fertig jetzt so. Oh Gott. Gut. Ja, jetzt kommen nochmal 20 Level. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Also, ich bin gespannt. Vielen Dank.